Moin sinds YouTubes und herzlich willkommen zurück zu GTA Online. Wieder mit dabei haben wir den Andre. Moin. Den Dennis. Der ein bisschen am Leggen ist immer noch. Roboter. Hallo Roboter. Und den René. Boin. Genau. Büro im Fahrzeug verlassen. Dach oder unten? Oh ne, ich spawne ja eh mit unten. Ich mach grad, glaub ich, Dach. Aber ich kann auch... Ne, ich mach was cooleres. Du nimmst mich ja mit, weil ich ja neben dir stehe jetzt. Ja, ja. Ich hab was anderes bestellt. Dach. Ist auf jeden Fall Dachzug. Wir fahren nach oben. Ne. Oh, er hat mal gedrückt, Aufzug oben. Echt? Ja. Ne, das ist aber, das ist aber, wohin du fahren willst eigentlich. Ja, ja. Hier sind doch die anderen. Scheiße, was hast du da gekauft? Wo ist es denn? Ich seh's gar nicht. Wo ist mein Truck? Hier vorne. Auf der Brücke. Ah, da. Jo. Deine Ernst, du hast den Truck geordert? Ja, Mann. Richtig fettes Teil. Oh, oh. Oh, oh, René. 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 Oh, oh. Oh, mein Gott. Ja, äh. Lass herne. Mich hat grad ein Fassandplatz gefahren. Ist vorne voll? Wenn wir wissen, wo man als nächstes einsteigt. Ah. Oh, geil. Seitlich. Das ist auch was. Ja, ja. Warum kommst du von der MG in die Hand nehmen? Wie kommt die eine Seite aber ich dran? Geh auf die andere Seite. Hier ist voll. Einfach da an einsteigen drücken. Zack. Und René fahr vorsichtig. So, aber ich muss glaube ich erst mal eine Mission noch starten. Aber sowas konnte. Ähm. Mach mal kurz. Sustos-Server. Jetzt kann ich auch ein paar Aufträge und Herausforderungen machen. Ja. Die Spedition ist neu. Die Spedition ist wahrscheinlich neu. Ja, dann Automat. Bargeld-Organisation ist auch neu. Okay. Bargeld beschaffen. Ja, Spedition ist ein Sternchen vor. Ja, bei Bargeld auch. Bargeld auch? Das ist eine Herausforderung. Bargeld auch? Ach so, Bargeld ist eine Herausforderung. Alles klar. Es gibt zwei neue Aufträge und zwei neue Herausforderungen. Ich kann nochmal kurz im Internet gucken, was da stand. Da stand nämlich Headhunter, Earthfight und Heulage. Da wäre bald Dennis bald draufgegangen. Ich auch. Ja. Und da gehst du gleich mit drauf. Ich bin auch runter. Das klappt. Ja. Das klappt. Das ist doch wohl klar. Ja komm, mach ich mal eine Spedition. Mach ich starten. Liefere den Anhänger ab. Wir müssen eh fahren. Muss ich hin? Hinter uns, Gegner. Achtung. Ich geh erst kurz hier in uns. Glaub ich aber nur. Och ne. Ich konnte nicht schießen, weil die auf der anderen Seite waren. Du hättest schießen müssen. Ja, ich dachte nur, die sind nicht feindlich. Und die haben sich aus selbst gesprengt. Die haben sich aus in die Luft gesprengt, diese Vollidioten. Grundsätzlich ist jeder Spieler feindlich anzusehen. Ja, aber ich... Ja, aber ich... Ja, ich nicht mehr. Oh man, die Deppen schießen. Dann schießen sie wieder zurück. So, ich hab ein anderes Auto. So. So. Leute, ich bin in dem... Ich bin in dem... Jetzt steh ich in dem Auto drin. Was passiert hier, ey? Die blöde Frau. Ist doch voll verpackt. Komm, einsteigen, einsteigen, einsteigen. Es lag bei mir. Jetzt nicht mehr. Du stehst auf dem Dach. Ja, wie ist das? Ja. Du stehst auf dem Dach. Ja, jetzt sitzt da drin. Jetzt drin? Alles klar. So, jetzt bin ich rausgeflogen. Nein, du standst auf dem Dach. Hey? Ja. Keine Ahnung, irgendwie ist heute der Rockstar oder ich verpackt. Ja, ja, das sind irgendwie, weiß ich nicht, momentan ist komisch. Ey, dumm, du hast eigentlich den falschen Sitzplatz, weißt du, ne? Wieso? VIP sind fit und fährt nicht. Achso, da war was. Topzala. Ja, aber gut. VIP fährt seine Leitwächter verspazieren. Auch nicht schlecht. Ist doch geil. Warum fährt der so schnell? Ey, schmach am. Der zeigt uns den Mittelfinger. Hallo Schlampe. Wirst du nicht grad aufnehmen? Ja. Die wird niemals Schimpfwetter benutzen in meinen Videos. Nein. Nein. Nee, 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 gar nicht. Niemals. Du hast jetzt die Black Ops erwähnt. Die Hälfte des Zuschauer fragt jetzt nach, wann kommt wieder Black Ops. Ja, ist nicht so. Einer auf jeden Fall. Weißt du, die Hälfte. Wer der immer fragt? Naja, die GTA-Videos kommen ja momentan richtig gut an, weil das halt die neuen sind, ne? Ist mega gut. Mega cool. Ah, ich muss noch kurz mein Mikro ein bisschen hochklappen, sonst komm ich mit dem Mikro gegen das Mikro. Das macht Sinn. War der Mikro aktiv oder was? Ja, eins für Aufnahme. Ah. Wer will fahren? Ich fahr schon. Kloppt euch drum. Ja, der dritt auch noch da raus. Ich glaub, da kommst du nicht mehr dran. Warte mal. Warte mal. Ich fahr jetzt weg. Sehr gut. Blob. Was klackt. Zum Übergabeort liefern. Mal gucken wann René und André sterben. Denn du weißt schon, dass der Hänger nicht drauf gehen darf, ne? Jaja. Wenn der mit Haftbomben kommt, ist das gelaufen. Wenn der Lastzug anfängt zu brennen, bitte abkoppeln. Jaja. Dann musst du euch mal einen neuen Lkw organisieren. Jaja, klar. Das hab ich schon mal geschafft, ne? Ist doch richtig geil. Das Ding rennt, wir springen raus, weil wir denken scheiße, da haben wir verkackt. Ich geh wieder rein, das Ding brennt immer noch, ich fahr einfach weg. Das war lustig. Dumm, das Problem ist, wenn ein Spieler mit Haftbomben interessiert das dann auch nicht mehr. Ja. Außerdem haben wir sechs Kilometer. Und jetzt bin ich halt der schnellste. Du brauchst, äh, links irgendwo braucht ne Opfer. Der richtet's grad auf die Straße. Der macht doch glaub ich nix. Hier schießt was? Ja, der ist jetzt links über uns. Der macht doch nix. Der schießt nicht in unsere Richtung. Ich weiß auch nicht, ob die das hier als VIP Auftrag sehen oder nicht. Ich glaube nicht. Ich weiß es nicht genau, keine Ahnung. Und einige VIP Aufträge werden angezeigt für andere Spieler, andere nicht. Mhm. So, wir müssen runter. Ja genau, wir müssen hier. Hoch. Runter? Hoch. Autobahn wechseln. Mein Gott. Ist doch Pumpe. Hoch. Guck mal, guck mal, guck mal, guck mal, guck mal. Guck mal, guck mal, guck mal. Oh, uns noch welche oder was? Nö. Aber was, guck mal. Der war ein Motorradfahrer. Oh, okay. Wow, 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 warte, ich weche aus. Versuch zumindest, das auszureichen. Ich will rechnen, ich will rechnen, ich will auch rechnen. Dumm, du könnt doch einfach Gas geben. Ich vielleicht aber eskortieren. Spieler, hinter mir. Und nicht nur einen. Spieler vor uns. Das ist schon was hochgegangen. Ganz viele Spieler. Fahr weiter. Wir müssen sie irgendwie ausschalten. Wem nach bei meinem Auto, wem nach bei meinem Auto, wir sind down. Oh, oh, da. Zugmaschine, Haftpombe. Aber sie sind down, oder? Nein. Jetzt sind wir down. Eure Zugmaschine ist down. Ich weiß nicht, wie das mit dem Hänger aussieht. Der Hänger lebt glaube ich noch, ja. Der steht noch. Der Hänger lebt noch, aber gleich nicht mehr, weil da zu viele Spieler dabei sind. Wir stören gerade den Hänger. Krassiger. Ist denn die Zugmaschine noch in Ordnung? Ne, ne? Nein, die ist keine Luft geflogen. Mit mir und René. Äh, Truck, komm mir. Die haben, die haben nen Truck, der hat.. Der hat nen Truck im Passiv Mode, du hast ne Pussy. Der ist im Passiv Mode. Das lustige ist, er kann mitnehmen, ne? Einfach einen. Unseren. Kann an. Ne, kann nicht, kann er nicht passen. Boah, der kann einen mitnehmen. Der kann ihn mit? Der kann ihn mit, ja genau, super. Aber er bleibt schnell, aber... Ne, ne, er kann ihn nicht mitnehmen. Alles klar. Lappen. Äh, kann man den nicht rausziehen? weiß ich nicht glaube nicht aus dem dreck rauszuziehen probier es was geht nicht er geht glaube ich gerade aus dem passiv modus raus ach doch da schießt wieder einer auf uns ja er ist doch ne pussy macht doch keinen spaß mehr also passiv modus ist echt pussy modus hier ist noch ne zugmaschine hier ist noch ne zugmaschine könnt ihr versuchen irgendwie die down zu ballern er ist aus dem passiv raus ja ich bin darin mindestens zwei platten ja ich spiel doch keine armen von eigenes welle sehr schön ist noch einer auf uns von der seite ist down wenn ich was du mit platten oder was ist egal ich habe nicht gesehen wieder down probieren wir probieren durchzukommen probiert kommen wie möglich irgendwie ich muss erst mal umdrehen du musst umdrehen waren auf der richtigen spur einfach weiterfahren einfach weiter du musst du musst nicht das war neben scheiße hier ist doch kein auto oder das problem ist gar nichts da super jetzt ich habe ein fahrzeug verhindern den hinterher jetzt das map ist klar aber die zeit achtung gegner bei mir hat der hinter mir hat kein auto alles klar doch was sie das noch heile sehr schön wie kommen wir zu weiter fahren ich bin da ist ein gegner der fährt gerade weiter ach kacke hat er denn jetzt ja ja ihr müsst ihr müsst versuchen ihn rauszuholen irgendwie ja da ist noch mal hier dennis check ein ja ich habe ein fahrzeug ich bin check ein check ein check ein ach so machst du alles klar ist drin du bist bei mir wieder verpackt ja super ich will ja nicht ja ist drin alles klar ich habe einen Anlänger am visier da ist ein gegner bei ok nehmt gerade drauf nehmt uns das ein gegner achtung mal drauf ballern hab ihn ist nur ein spieler drin der anhänger wurde von gestohlen stiehl ihn zurück der max ist da drin ich schieße grad auf alle Reifen ja ich würde nicht auf die ich würde vielleicht direkt auf ihn schießen boah da sind alle Reifen zu ballern hier sind genügend LKWs da oben ok alles klar dann schießt auf ihn erst mal den stoppen seid ihr auf der Autobahn noch? nein nein also Feltweg ich kann kaum noch verfolgen Feltweg oder Autobahn? aber sie sind auch weg sie sind auch weg sie sind auch weg sie sind auch weg wir hätten den Kuruma nehmen sollen er ist egal er ist ausgestiegen alles klar LKW steht ok die nächste Zugmaschine ist unterwegs zu euren Gegner ich habe hier direkt vor mir eine stehen das ist nicht das Problem Gegner auf dem Weg ja alter wie wird der nicht sterben oder was Jockey hat einen LKW Jockey hat einen LKW ich habe auch einen LKW ich habe auch einen LKW so ist es nicht wie gesagt die stehen genügend rum ja ich probiere ihn raus zu schießen irgendwie raus schießen und abkoppeln Jockey will ihn auch töten ich lass mich vielleicht Jockey ab töten lassen ich bin auf dem Weg zu euch Jockey schießt jetzt auch auf uns dann müsste kommt noch mehr Alkohol egal Jockey ist mir jetzt scheißegal er hat scheiße gebaut er hat scheiße gebaut er hat scheiße gebaut auch ein Gegner hinter mir auch ein Weg zu uns er hat extreme scheiße gebaut aber er kommt trotzdem weiter aus seinen Lappen ey immer schön auf den Fahrer schießen immer schön auf den Fahrer schießen Jockey ist down sehr schön die anderen sind down äh ich bin down die anderen sind nur mit dem LKW da ich bin down ich bin down ich bin down er ist doch schon wieder Rotze hier machen wir gut es sind vier Spielergruppen die hier gerade auf dem LKW geiern das ist echt krank ey vor allem wir haben hier nie Fahrzeuge ist das Problem sagen wir schnellere dabei den brauchen wir nicht nehmen der hat nur Platten und schlagen wir schießen nämlich immer aus mit einem Schuss aus dem Auto fuck alter ich hol mir mal kurz ein Auto das ist ein Kackauto nein ist egal was hast du daneben genommen dann müssen wir das noch mal probieren in einer etwas leeren Lobby ja sehr schön du hast einen ne ist ja gut direkt erstmal den nächsten Spieler wieder ausgeschaltet und ja ich auch mal eben ey den muss ich mal eben der hängt vorne an dem Auto dran der hängt vorne an dem ich kann den da ist er weg ich hab ein Auto geknackt der knackt auf dem Auto hat Bumme weg ja nice ja nice nice aber die die ah ne ist immer noch ne kacke vielleicht noch auf der Karte auf der Karte werden noch Zugmaschinen markiert ja ja ich fahr euch hinterher mit einer neuen Zugmaschine die Zugmaschine ist leer die Zugmaschine ist wegge... jetzt hat er sie wieder ja jetzt nicht mehr jetzt ist ein anderer jetzt ist ein andere Spielergruppe jetzt ist er wahrscheinlich Jockey oder sowas André steig ein au witz dafür wenn der oh oh Toll ist wieder down jetzt ist ein anderer Jockey da ja wir haben hier platt gefahren oh toll Alter er wieso sprengt er sprengt sich selbst in die Luft aber ich sterbe er stirbt nicht dadurch wie kann ich den Anhänger ankuppeln einfach hinterfahren einfach drunter fahren einfach drunter fahren einfach drunter fahren hinter Anhänger oder sind die unterwegs damit ne die sind unterwegs ne ne ich lass es gleich sein Spawn tot die Spawn campen gerade so dass die anderen den klauen können f*** dich wieso explodiert die Zugmaschine nicht die Zugmaschine explodiert nicht richtig merkwürdig EP Auftrag beenden der Anhänger wurde von bla 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 alles klar 5.000 5.000 Geld und EP bekommen wir fahren auch welche mit dem Sergeant rum und so ne die hauen jetzt auf die hauen einfach ab oh ja wow super haben sie gut hingekriegt ich würd jetzt sagen wir versuchen eine andere Lobby aber Rockstar kriegt es ja nicht hin die Lobbys richtig zu machen mhm ich bin froh dass wir überhaupt in der Lobby jetzt drin sind ey warum haben wir gehört von hier wer hätte er jetzt auf das Wohnmobil geschossen deswegen in der vollen Lobby brauchen wir sowas zu machen wo kommt der Spieler da kommt der Spieler ja dann musst du in der vollen Lobby machen ne musst du nicht ja doch sonst kannst du ja nicht starten du musst in der öffentlichen sein nicht oh wollt ihr mitfahren oder wollt ihr jetzt noch 5 Stunden hier campen ne ich fahr mit hol die Zeitkarre warte 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 ja es war klar ja weißt du wie lange ich schon da stand dumm ja da muss man was sagen als du was gesagt hast als du was gesagt hast bin ich direkt eingestiegen ja und jemand kam auch direkt die Rakete denn deshalb ist früher schon viel viel früher eingestiegen Kuruma und und Kuruma und Dings ne das ist so lappenhaft Kuruma down hier fährt noch ein Insurgent rum so jetzt die Raketen wird ausgepackt jetzt ist halt Feierabend der bringt nichts gegen den Insurgent der Surgeon der fristenheitliche Raketen die Kuruma braucht zum Glück nur eine die können Haftbomben aus dem Insurgent rausschmeißen alles klar seit wann geht das denn keine Ahnung aber mich hat er jetzt von voll überfahren Jedenmal ist das Ding aber auch hinüber ich schieß die Dinge ich hab den jetzt zweimal schon getroffen ich hab den auch einmal getroffen dann sind wir schon bei drei ich hab nur keine Lenkraketen ja ja Lenkraketen beim ersten Mal ich hab auch keine Lenkraketen gleich mehr die hauen noch gerade ab die hauen noch gerade ab ja 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 er ist ja 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 er ja 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 die sind wieder in ihrer mensage drin war toll die bullen ja mich gleich auch holen wir mich gleich so dermaßen holen er ist hier wieder hier bei uns hat sich überschlagen macht doch keinen spaß mehr aus der fahrt naja wir treffen wir nicht mehr zweck keine chance in die ganzen kopf ja erstmal noch nicht jetzt kann ich mitfahren jetzt bin ich tot von den kopf ja dann ist schwachsinn mit dem ist zu fahren jetzt nicht mehr ist keine sterne mehr ja sobald wir uns ein kopfauto nehmen haben wir wieder sterne ja bitte stehen auch andere autos oder nicht äh ich sehe gerade keine anderen motorräder wir müssen noch motorräder durchfahren ja gut trotzdem soll ich an dieser stelle erstmal wieder danke fürs zuschauen lasst ne kleine bewertung da wenn es nicht gefallen hat und schaut doch im nächsten wieder rein bei gta online tschau 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 tschau